So, da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play Living Legends. Ich bin's mir wieder, eure Boom36. Und wir schauen uns hier nochmal alle Filmechen an. Denn es ist schon ewig hier, dass wir die gesehen haben. Und ich erinnere mich nicht mehr ganz so dran. Ein bisschen, aber ich finde es einfach toll, wenn man das auf einmal macht. Jö, er stand vor einem finsteren Schloss. So, und so, hier und hier. Dieser junge Mann wird erfrieren. He knew that a creature called the Beast dwelled there, but he would die without shelter. To his surprise, the Beast took pity on him and offered to help. But there was a price. The boy must swear loyalty to the order of the beast forever and help him find a cure for his curse. The boy agreed. The beast called the boy the alchemist after his tireless study of magical artifacts and knowledge. The alchemist worked tirelessly to cure the beast, but his recovery came unexpectedly when beauty's true love broke the curse. Das war schön hier. Und warf kommt oft. Wo ist denn das letzte Teil? Hier. Hier. Fried from his charge, the alchemist left to find his own destiny. Falling in love with Morgana, princess of the magical bears. Dum 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 dum. Er verliebt sich in die falsche. So, dann sind wir jetzt hier. Brrrrrr. Ich stelle überall was von den Runen, ne? Das haben wir ja auch schon mal, glaube ich, schon gesehen. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Deswegen wollte ich auch nochmal alle abspüren. Ich wusste, was wir jetzt sicher gesehen haben. Was nicht. Dum 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 dum. Wo ist sie denn die letzte Rune? Runiline. Wo bist du? Und Tipp hab ich wieder zur Verfügung. Morgana yearnt, die größte Sorcerin zu werden. Also die alchemist gab alles, um ihren Traum zu erreichen. Wollt ihr, dass sie ihn in return liebte. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist schon. Grauen voll. Morgana's people rebelled, sealing her in an icy crypt. The alchemist vowed to revive his love. But he would need even greater artifacts. So, und dann geht's weiter mit der nächsten Geschichte. Weil die haben wir definitiv noch nicht gesehen. Oder? Doch, kommt mir so bekannt vor. Irgendwie hat alles immer mit dieser dämlichen Eis-Königin zu tun. Der Alchemist hat das erste Artefakt, die Eis-Rose, die durch Schmerz und Schmerz sooo, auch nicht. Sooo, auch nicht? Ah, jetzt will er es doch nehmen. Ja, mein letzter Teil. Na komm! Na dann, hier haben wir noch die Rosen. Obwohl der Held die Eis-Königin besiegt. Und ja, das kennen wir noch. Die Eis-Rose haben ja gespielt, da. Jetzt sind wir hier angelangt. Beim letzten Teil der Geschichte. Was soll ich hier tun? Was soll ich hier tun? Nein, ich will das erst mal alleine rausfinden, mein Lieber. Was soll ich hier tun? Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ah, hier haben wir noch was. Krone. Halskette. Halskette. Wo hat sich die versteckt? Jemini, ey. Halskette. Halskette. Wo hat sich die Halskette versteckt? Du, 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 du. Muss mal einen Tipp geben. Ah. Vielleicht drauf kommen können. Next, the Alchemist created magical apples. He found an envious queen, who wished to be the fairest of them all, giving her the apples as a gift. Ach so, dann ist das mit der Eis-Rose das erste Spiel und dann das mit den Äpfeln. Und dann ist das mit den Äpfeln. Und dann ist das mit den Äpfeln. The only one who could solve the gnomes labyrinth and retrieve the flower of life. Sooo, die Blume des Lebens. Und nun mal auch sie tot. Die, 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 die und alles in die Kiste. Und das war jetzt alles, ne? Genau. Das war jetzt die ganze Geschichte, oh yeah. Okay, aber das ist die Frage, wie geht's jetzt hier weiter, was muss ich tun? Ich weiß einfach mal, ob wir irgendwo, ja, haben ja. Grufteingang. Was soll ich hier tun? Ah, okay. Wollen wir mal, dass die nach unten kommt. Moment. Sooo. Oh Gott, fürs Willen, okay. G2, G1, 2, 3, 4. So, jetzt gehen wir mit der Karte. Also. G. E1. hä? Hä? Wobei, zumindest mal kurz anschauen, das ist doch hier irgendwo. Also, 1, 2, 3, 4.. 1, 2, 1, nein, 1, 2, 3, 4. Auch nicht ganz normal. Also zuerst den Schädel. Dann das Bein. Schädel. Bein. Kopf. Mit dem anderen Kopf. Oder auch nicht ganz. Also, geh. Ich stehe jetzt mal falsch. Verstehe ich gerade nicht. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Verstehe es nicht. Vielleicht muss ich 1, 3 mal anklicken. Moment, ich versuche es mal. So, 1, 2, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nichts. 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 Soll ich jetzt hier machen? Wiederholen die Sequenz. Das ist zwar nicht einfach. Vielleicht nicht einfach. So. Gott sei Dank. Mein Gedächtnis ist nicht auf den Stich gelassen. Schwertform. Muschel. Ich verstehe nicht, was ich tun soll bei den Typen da. Beeren Schlafzimmer. Was können wir denn da noch machen? Voll geschmolzener Silber und zwar sehr viel davon. So. Wenn bloß die Händen anfassen, ist keine gute Idee. Äh, Zange. Gefunden, glühendes Schwert. Wofür bräuchten wir das schon wieder? Keine Ahnung. Echt? Keine Ahnung. Beerenstadt. Wer muss sich das hier abkühlen? Yay. Silberne Schwert. Okay. Und jetzt? Krufteneingang. Was soll ich bei den Krufteneingang denn jetzt machen? Beschwert. Stehe ich gerade nicht. Achso, stimmt. Die Muschel. Ordnen die Einzelteile des Windspiegels richtig an. Identische Einzelteile können nicht in die gleiche, horizontale oder vertikale Reihe platziert werden. Ähm. Vielleicht muss ich noch einen Stein irgendwo nach unten kriegen. So. Dann mal ein weiteres Artefakt. Das haben wir schon mal geschafft. Also, denke ich, es muss jetzt irgendwas mit dem hier zu tun haben. Jetzt kann ich ihn gegen ihn antreten und sein Mut unter Beweis stellen. Was? Jetzt kann ich gegen ihn antreten und sein Mut unter Beweis stellen. Was ist die beste Angriffsmethode? G. Eins. Jetzt funktioniert es erst. Äh. Toll. Okay. Geh. So. Geschafft. So, und das war's jetzt alles. Okay, gut. Alles klar. Dann kommen hier die Tropfen rein. Und die werden nun das epische Finale erleben. Dem, 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 dem. Wir bewegen uns ganz normal. Die, 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 die. Ich weiß, der Paar hat das jetzt ein bisschen überzogen, aber ist mir gerade egal. Ist mir egal. So. Bären Siegel. Well, if it isn't the little cub, the alchemist said you'd come. It's your fault Jared left me. Goldilocks may have convinced him to accept you, but I finished her. Now, once I kill you and use the alchemist's love potion, he'll forget both of you and love me forever. Danke fürs Ritten. Nein. Vater, Maretta kümmert sich um den Alchemisten. und ich muss dich so schnell wie möglich entfesseln. Vater ist mit Eisenketten festgebunden. Meine Bärenkraft wäre mir jetzt sehr nützlich. Oh nein. Ich habe überhaupt keine Magie. Ach, was soll ich denn hier machen? Ich brauche den Kristall des Lebens. Äh. Okay. Also, ich bin hier immer noch nicht fertig. Gut, wenn wir jetzt hier immer noch nicht fertig sind, gut, Leute, dann machen wir hier weiter im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.